Guten Abend meine Damen und Herren, ich bitte Sie hier am Anfang des Videos ein bisschen das Video leider zu schalten, weil es sonst zu schweren Gehirnschäden oder auch Gehirnschäden führen kann. Also bitte achten Sie darauf, ich wünsche Ihnen noch viel Spaß beim folgenden Video. Ja, zu Broforce, yo. Diese Begrüßung. Ähm, starten your campaign, nochmal, hart, wer sind die harten Playoffs of the year. Ähm, ja, Broforce, cooles, lustiges Ballader, äh, 2D-Spiel, 2D, 2D-Spiel, äh, mit lustigen Sachen und ich würde sagen, das ist jetzt kein wirkliches Play, das ist ein bisschen so Best-of. Bis jetzt mal ein Leben, hat man schon auch so eine halbe Stunde, eine Stunde oder so. Schnell ist es dann so zusammen, dass ich ein paar lustige Szenen zusammen habe. Und, äh, dann, äh, starten wir jetzt einfach mal mit Level 1 und, da sind wir schon. Wenn es jetzt ruckelt, dann kriegen Kollaps, weil eigentlich läuft es auf 150 FPS jetzt gerade. Äh, das würde mich dann schon wundern, aber na gut. Loading, 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 wir sind die Schweine aus dem Park, mit dem... Oh, da sind wir. So, ein bisschen, ne? Das wundert mich eigentlich. Eigentlich dürfte ich es gar nicht hoffen. Aber... Bam! Was ist das denn? Das ist ja übelst OP. Ich will jetzt sneaky unterwegs sein, bevor ich mir den ersten hole, weil der hier... ...hat das ganz toll ist. Oh. Das ist einer meiner Lieblingscharaktere, gell? Weil er einfach so OP ist. Wenn man mit ihm umgehen kann. Einmal... Das war's jetzt für den ersten Angriff. So. So, erstmal sind die jetzt weg. Jetzt zeige ich euch das. Bam! Bam! Überhaupt nicht und P und P und so. A und P. Attraktiv und preiswert, glaube ich, heißt das. Heißt du das? Weiß nicht! So, also die Charaktere haben immer eine Special Attack. Bam! Bam, bam, bam! Das nenne ich, meine Freunde, Skill. Und ich hab das und ja nicht, weil ich der Boss bin. Läuft! Da hatte ich jetzt Glück. Okay! Hey! Ich bin der Ruckel-Philip. Oh. Ich warte mal. Ich bin zu faul, die Leiter zu nehmen. So. Oh, der ist auch gut. So. Jetzt mach ich mal... Natürlich, ne? Muss ich immer was machen. Einfach nur runterschicken. Baaaaaah! Das war knapp. Oh, fass. Oh, wie glücklich ich gerade hatte. Ist ja voll der Back, Alter. Was? Wie konnte ich mich erwischt? Ich glaube doch, der hat er... Das ist nicht alles. Das ist nicht alles. Du glöde Bastard. Jetzt gibt's was in die Fresse. Du. Du. Boom. Boom. Ähm. Das war scheiße. Das ist nur beschissen. Der ist aber cool. Da kann ich ihn mir so machen. So. Da sind zwei. Fuck! Ich wollte mir extra keine Leben holen, weil ich dachte, ich schaff's mit dem. Vielleicht. Nichts. So. So. Erstmal Special Attack. Dann kann ich hier in Ruhe die Sachen wegräumen. Oh. Aber gleicht sich auch relativ gut, weil... Ach, jetzt. Nein! Ich hab nur noch ein Leben. Jetzt geh ich mal ein bisschen strategischer vor. Das hier brauch ich. So. Und jetzt muss ich hier weg. Ist nicht dein Ernst? Aber der ist auch geil. Das war gut. So. Als ob das mich jetzt umgebracht hätte. So. Diesmal schaffe ich's. Denn ich bin der Programmer auf einem neuen Level Dager. Boom. Das war wirklich scheiße. Also wirklich scheiße. Beschissener geht's, glaube ich, gar nicht. Standard. Ugh. Whoa. Oh. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Nicht richtig. Bam. Bam. I'm too good for this game. I'm the player. I'm the player. I'm the player. Aya. Das war knapp. Boom. Ich bin einfach zu gut für dieses Spiel. Dieses Spiel. Dieses Spiel. Einfach zu gut für dieses Spiel. dieses Spiel, dieses Spiel. Fuck. Diesmal muss ich... Das könnte ich sogar schaffen. Äh... Nee. Wie wär's mit Nee? Fuck. Ich hab keine Ganaten mehr. Nein! Boom. Als ob das alles auf eins gefallen ist. Fuck. Wobei... Das ist ja prinzipiell nicht mal so eine Scheißidee, sich da um durchzubuddeln. Boah, Alter! Boah, Alter! Jetzt grad könnte ich's verstehen, wenn's röckeln mit leise EF ist. Boah, Alter! Ich muss jetzt gleich einen Gang kriegen. Ich will nur erstmal das Level schaffen. Wo ist meine letzte Granate jetzt dann? Nein! Aufpassen, aufpassen. So. Eins, zwei, eins. Eins, zwei. Was? Wieso? Ich hab da drei... Wir unterbrechen diese Sendung aufgrund eines Systemausfalls. Bitte haben Sie Geduld. Tschüssi. Hunde für euch gibt's Abendessen. Und für dich gibt's das. Wir haben's geschafft! Wir sind die Scaler of the World. Wir haben kein einziges Mal verloren. Diese Level schaffe ich in diesem Durchlaufen! Boom! Ich bin für die Gleichberechtigung aller Menschen! Außer die, die keine Rechte haben. Nicht wahr? So richtig, also ich bin für die Gleichberechtigung! Außer die, die keine Rechte haben sollten. Das war geil! Muss aber jeder zugeben. Auch die, die es nicht geil fanden. I have überlebt it! Boom! Einmal dann der nächste Charakter. Bam, bam, badam, bam, bam! Bam, bam, badam! Boom, boom, bam, 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 bam! der Salak das ist einfach nur Skill ich würde mal sagen das ist der Terokopter ich kann das Ding schaffen Nein ja Geronimo bm 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 und damit verabschiede ich mich von euch ihr kleinen Kumpels Klacki warte Klackianer ihr heißt ab jetzt Klackianer verstanden? meine Community sind die Klackianer ne und damit verabschiede ich mich von euch ihr Klackianer und dann sehen wir uns weinern und schauen mit vm die 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 Vielen Dank.